Buch oder Fernsehen? Buch. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Bar oder Karte? Bar oder Karte? Karte. Karte. Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Ordentlich. Hund oder Katze? Katze. Fußball oder Formel 1? Formel 1. Tee oder Kaffee? Kaffee. Bier oder Wein? Als Franzose sein. Ich bin Franzose. Beide. Beide, sehr gut. Sparschwein oder Depot? Ich weiß nicht, was ist das? Sparschwein heißt, man hat zu Hause so ein Sparschwein, da steckt man sein Geld an, was man sparen will oder man trägt es zur Bank in ein Depot zum Sparen. Okay, dann Sparschwein. Sparschwein. Feiern oder Chillen? Ich weiß nicht. Feiern ist Party, Chillen ist Relaxen. Relaxen, ja. Chillen, sehr gut. Auto oder Fahrrad? Auto. Anlegen oder Ausgeben? Also Geld sparen oder Geld ausgeben? Sparen. Sparen, guck mal. Weiter geht's. Klassik, klassische Musik oder Techno? Klassik. Klassik. Hat der Jona auch gesagt. Ja, ja. Träumer oder Realist? Realist. Land oder Stadt? Land. Land, wo wir jetzt heute sind, auch in Oberstdorf. Ja, ja, Oberstdorf ist ein kleiner Ort, aber Deutschland ist ein großes Land. Aber lebst du lieber in der Stadt, in einer großen Stadt oder lebst du lieber in einer kleinen Stadt auf dem Land? Ja, klein, kleine Stadt. Okay, sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.